Gefährlicher als ein Gewehr ist ganz oft Geschlechtsverkehr. Ich dachte, dass ich das so wie ein Rap aufziehe. Deine Hobbys sind öde und der Winter noch lang? Verdammt! Wir vertreiben dir den Winterblues. Perfekt! Mit den schrägsten Cartoons und Serien. Von morgens bis abends volle Breitseite. Gegen den Trübsinn. Wir sind Adrenalin-Junkies. Die Winterblues-Offensive. Morgen ab 11.15 Uhr. Auf Comedy Central.